Soll ich das heute Abend mal angehen? Ah, da war's! Yay! Sarah! Oh, scheiße! Fuck! Oh, da lebt ihr noch! Fuck! Ah! Yo, bitzchen! Mieeo! Ich hatte eine neue Playliste. Haha, wie geil! Alles DMCA frei. ich habe das schöne wetter vorher noch ein bisschen genossen wenn die katzen draußen gewesen schön draußen gespielt also die haben ihren spaß gehabt heute richtig schönes wetter so fast 20 grad hier sonne knallt hier verrückt also die sind ja noch nicht so richtig draußen lernen das sozusagen alles entdecken das alles ganz neu wird jetzt kommen ich freue mich drauf weil wenn ich schon spaß habe an der demo wo man repetitiv irgendwelche bescheuerten items looten muss ich habe mich gerade erschrocken ich habe mich gerade erschrocken keine ahnung aber ich habe mich gerade wirklich erschrocken passiert mir niemals normalerweise ach du scheiße die schweine die von zwei seiten gekommen sind logo intro ja danke ist gleich mache ich vielleicht heute abend soll ich das heute abend mal angeht aber da war es sarah glück gebracht bist du hunderter oder ja das ist ein hunderter gewesen oder nicht no way leute das ist er wo wie wo was war kein quatsch er war doch in kill der sondern aus blut er ist noch das blut wo headshot war das doch ich habe zweimal geschossen weil er nicht sofort umgefallen ist aber der ist auch sofort umgefallen war wahrscheinlich ein delay wie wo machen wir nicht fertig ah 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 lol ähm okay lass gucken shooter born ja offizieller zweiter kill zwei von drei nur noch einer minute eine f Hank ordinen ja su�� a okay aber eine p ein und c die a like in the movie I've got a bad feeling about this god damn ruskies der war schön der war schön okay was macht der wo ist der überall höre ich seine geräusche ist auf dem dach kann das sein gucken ob hier jemand bei den panels ist ist das hell what wo ich war noch nicht in meinem raum drin als ob man durch so ein fernrohr guckt oh ich sehe nichts ich habe mich von meinem eigenen schatten gerade erschreckt das ist so ein schlechtes nachtsgerät eigener schatten holy shit man das ist ein krampf mit dem ding warum sind jetzt 20.000 was gab es überhaupt gegner let's go hab ich eingeworfen oder doch oh man scheiße oh scheiße fuck oh der lebt ja noch fuck wir haben kein cms dabei ist wieder vergessen worden cms ist vergessen worden scheiße so leute das ist streamende jetzt normalerweise das war jetzt so ein fail das ist jetzt streamende normalerweise oh mein gott sowas nimmt ein alles richtig alles also alles genommen was man sogar sogar das leeres magazin noch auf die gegner abgefeuert oh mein gott das ist ziemlich alles schief gegangen was schief gehen konnte oh mein gott so leute so leute ja so leute ich Untertitelung des ZDF, 2020